Hallo, wir sind Pinkcube Werbeartikel und liefern Ihnen schnell die besten Werbemittel mit der höchsten Qualität. Gerne erzähle ich kurz, wie das geht. Wir haben gemerkt, dass der heutige Markt für Werbe- und Streuartikel groß und unübersichtlich ist. Es gibt viele Anbieter und es gibt vor allem große Unterschiede in der Qualität, von der komplizierten Bestellung und dem Preis ganz zu schweigen. Oft entstehen bei anderen Anbietern nach der Abgabe der Bestellung auch noch Zusatzkosten, wie zum Beispiel Bearbeitungsgebühr oder Versandkosten. Sie erhalten dann eine Rechnung, deren Höhe Sie oft sehr überrascht. Bei uns ist das anders. Bei unseren Preisen ist alles inklusiv. Das heißt, keine schlechten Überraschungen. Sie wissen vorab ganz genau, woran Sie sind. Dann die Auswahl. Oft bieten Werbemittelhändler mehr als 40.000 Artikel an und kommen mit großen Stapelkatalogen zu Ihnen. Die Auswahl eines Produktes wird dann natürlich zu einer zeitraubenden Angelegenheit, wobei man schnell den Überblick verliert. Wir dachten uns, das kann man besser machen. Aus dem enormen Angebot an Werbeartikeln haben wir für Sie die Top 20 begehrtesten und beliebtesten Produkte ausgewählt. Wir sind Spezialist für diese 20 Artikel. Und das merkt man deutlich in puncto Qualität, Preis und an der kurzen Lieferfrist. Wir liefern zum Beispiel Werbekugelschreiber, Schlüsselbänder, Lippenpflegestifte und Trinkflaschen. Wir haben uns bei der Auswahl der Produkte ganz bewusst nur für die beste Qualität entschieden. Ihr Firmenlogo wird nämlich auf diese Werbeartikel gedruckt und es ist natürlich wichtig, dass Ihre Werbeartikel lange von Ihrer Zielgruppe benutzt werden. All unsere Werbeartikel werden in Europa produziert, also Made in Germany, den Niederlanden oder der Schweiz. Sie finden es sicher genauso wichtig wie wir, dass die Produkte Ihrem Unternehmen ein gutes Image verleihen. Sie möchten doch Qualität anbieten. Ihre Kunden behalten Ihre Qualitätswerbeartikel länger, daher ist der Werbeeffekt auch viel größer. Was darf das denn alles kosten? Ah, Produkte guter Qualität müssen nicht viel mehr kosten als Billigware aus China. Weil wir uns auf die Top 20 Produkte konzentrieren und daher große Stückzahlen liefern, können wir Ihnen die Werbeartikel zu sehr niedrigen Preisen liefern. Wir sind davon überzeugt, investieren in Qualität lohnt sich. Ich hoffe, Sie denken genauso. Wir würden uns freuen, Sie als unseren neuen Kunden willkommen zu heißen. Holen Sie sich ein unverbindliches Angebot für die Werbeartikel Ihrer Wahl bei uns ein. Unser Angebot wird Ihnen dann als PDF-Datei per Mail zugeschickt. Sie erhalten außerdem ein kostenloses Muster per Post und, wenn Sie möchten, kostenlos einen Gestaltungsvorschlag. Bis bald! Wir sind ein gutes Bild. Wir sind ein gutes Bild. Wir sind ein gutes Bild. Wir sind ein gutes Bild.